Schauen wir nochmal rein, da war die Linke von Klitschko, hier, klasse im Ziel, perfekt gemacht und das bringt natürlich auch den Gegner völlig aus der richtigen Schlagposition, deshalb geht der Schlag von Ibrahimov. Auch wieder guter Treffer von Klitschko, der jetzt wirklich mehr Druck macht, der diesen Gang hochgeschaltet hat und der Ibrahimov nur zu Boden geschubst hat, ist hinter seinem Schlag da hinterher geflogen, Sultan Ibrahimov, wird nicht als Niederschlag. Dann schlägst du auch mal zum Kopf hinterher, wir sehen nochmal die klasse Rechte und er sieht sie auch kommen, Ibrahimov, aber er kriegt den Kopf nicht mehr weggezogen. Immer wieder die Ermahnung von Jeff Mayweather, bewegt dich besser und hier diese klasse Kombination, die linke zweimal, die rechte zweimal und er fängt sich noch irgendwie. Und ohne das untere Ringseil wäre er da mit Sicherheit auf dem Hosenboden gelandet. Das war eine gute Vorstellung, eine klare Sache, taktische Disziplin. Gut gearbeitet von Klitschko, das offizielle Urteil.